Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jutta und heute seht ihr mich ungeschminkt und ich zeige euch heute mal, wie ich ein ganz schnelles Tagesmake-up mir auflege. Manchmal hat man es halt sehr, sehr eilig. Und ja, die Zeit drängt morgens, man muss schnell einkaufen, man muss zur Arbeit und wie ich das ganz schnell hinkriege mit wenig Produkten, das werde ich euch jetzt zeigen. Los geht's. Pflegeprodukte, die habe ich schon aufgetragen. Das ist morgens nach der Reinigung, also da benutze ich ein Gesichtswasser, nur ein Gesichtswasser, weil abends reinige ich ja komplett mein Gesicht und das brauche ich dann am nächsten Tag nicht schon wieder machen. Also mache ich es so, ich nehme mein Gesichtswasser, reinige mein Gesicht, ich trage ein Feuchtigkeitsserum auf mit Hyaluronsäure, benutze eine Tagescreme und lasse das alles jetzt schön einziehen. Das sollte so, ja, 20 Minuten sollte man der Haut schon geben, bis es eingezogen ist. Und dann starten wir jetzt mit dem kleinen Tagesmake-up. Und zwar, meine Haut ist so ein bisschen gerötet und ungleichmäßig. Und ein bisschen Fleckigrötungen habe ich hier an den Wangen und hier. Deswegen nehme ich hier immer als Primer den von Trended Up. Der ist aus der Drogerie, den finde ich richtig toll. Das ist der Expert Anti-Red Base. Den trage ich auf. Gerade und ich mache das aufs ganze Gesicht, weil er verfeinert auch die Ohren und gibt so ein samtiges, feines Hautbild. Ja. So. Das habe ich aufgetragen. So. Ja. Fühlt sich gut an. Danach benutze ich immer einen Concealer. Und zwar, welchen nehme ich dann da drauf. So. Jetzt nehme ich mir gerade mal meinen Spiegel zur Hand, weil ansonsten sehe ich das jetzt nicht so genau, wo ich es auftrage. Also, ganz flott. Hier unter die Augen. Hier. Dann in diese Nasolabialfalten, die man ja hat, wenn man älter wird, prägen die sich immer mehr aus. So. Und nicht vergessen, in die Augenwinkel, ein bisschen über die Lippen. So. Und das trage ich jetzt mit einem Beautyblender auf. Ich habe gerade hier meinen Spiegel wieder, dass ich es sehe. Ja. Tupfe ich den auf. Schön eintupfen, weil wenn man es mit den Fingern verreibt, kann es so ein bisschen fleckig werden. Das möchte ich nicht. Also. Tupfe ich das auf. Ja. Wenn ihr es draußen poltern hört, das ist die Hausflurreinigung. Die kommen einmal in der Woche und putzen. So. Das haben wir jetzt aufgetragen. Ich mache das jetzt mal so im Schnelldurchlauf, damit ihr seht, wie ich es mache. So. Tragt es nicht direkt unter die Augen auf, weil man hat da einen gewissen Alter, sind da Fällchen und es soll ja nicht reinkriechen. Also, da drunter bleiben. So. Das wäre erledigt. Jetzt geht es weiter. Na. Mit meinem Make-up. Da habe ich das von L'Oreal. Das ist das Age Perfect Serum in Make-up. Das ist sehr gut. Das vertrage ich gut. Das kriecht auch nicht in die Fällchen. Ist flüssig. Und lässt sich auch super auftragen. Ich nehme da hier so ein, zwei Hube auf meinen Pinsel. Tupfe das so auf, wo ich es haben möchte. Und trage das jetzt auf. Ich habe mich etwas in der Farbe verkauft, muss ich ehrlich sagen. Es ist sehr, sehr hell. Aber ich nutze es jetzt weiter. Bis es aufgebraucht ist. Weil die Konsistenz ist wirklich klasse. Die verschmilzt praktisch richtig mit der Haut. Ja. So. Hier. Noch schön in den Haar. Oben. Haaransatz. Also es deckt sehr gut. Ja. Aber man wird, man wird nicht cakey davon. Ja. Also. Es sieht immer noch natürlich aus. So. 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 Und den Rest gehe ich gerade so über die Augenlider. Wenn ich ab und zu mal daneben schaue, dann schaue ich in meinen Monitor, ob ich auch noch gut zu sehen bin. So. Das sieht schon mal gut aus. Es gibt jetzt ein ebenes Hautbild. Damit sind wir jetzt fertig. Dann kommen noch schnell die Augenbrauen dran. Da habe ich den Eyebrow Express Pen von P2. Mit dem bin ich eigentlich ganz zufrieden. Da gehe ich nur ganz sanft über die Augenbrauen, dass man nicht so einen Strich da hat. Also wirklich nur ganz zart und sanft da drüber streichen, über die Augenbrauen, wenn es schnell gehen soll. Man kann es natürlich alles noch mit einem Gel machen und alles. Aber es soll ja schnell gehen. Und dann reicht es anschließend mit Bürstchen drüber zu gehen. So. Das hätten wir auch fertig. Dann, was ich immer gerne mache, ist Rouge. Rouge oder ein Blush. Den trage ich mir jetzt auch auf. Und zwar nehme ich heute den Blush von Essence. Und zwar The Blush Essence in der Farbe Beloved. Das ist die Farbe 40. Ich trage euch das alles auch unten nochmal in die Beschreibung rein. Dann könnt ihr das auch nochmal sehen. So. Geh auf. So. Mein Spiegel wieder. Und da trage ich das Rouge einfach hier nach oben. Zieh es nicht runter. Das sieht clownsmäßig aus. Einfach nach oben etwas verstreichen. So. 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 Ein bisschen auf die Nasenspitze. Ein bisschen hier oben noch auf die Stirn. Dass es ein bisschen eingerahmt ist. So. Ein bisschen Skin. Ja. Ich denke das sieht doch schon ganz gut aus. Oder? Was meint ihr? Ach übrigens. Wenn euch meine Videos gefallen. Dann würde ich mich sehr sehr freuen. Wenn ihr mir Daumen hoch gebt. Oder wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst. Also das würde mir schon sehr helfen. Weil es ist jetzt mein zweites Video. Und es ist mit Sicherheit auch nicht perfekt. Aber ich würde mich freuen. Wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und vielleicht habt ihr sogar Lust mich zu abonnieren. Ja. Also ich würde mich freuen. So. Aber jetzt weiter. So. Das wäre dann soweit. Da werden wir jetzt auch fertig. Dann werde ich mir noch die Augenlider etwas betonen. Und zwar ich habe Schlupflider. Und da gehe ich immer mit einem hellen Lidschatten auf das bewegliche Lid. Und zwar habe ich jetzt hier von Essence auch wieder The Nude Edition. Diese Eyeshadow Palette. Die sieht schon ein bisschen mitgenommen aus. Aber ich trage das am liebsten mit den Fingern auf. Ich nehme wieder den Spiegel hier. Sonst sehe ich das nicht. Und gebe das einfach auf das Augenlid. So. Die hellste Farbe mit den Fingern. Das geht schnell. Das kann man ganz schnell machen. Gehe da sogar bis an die Augenbrauen. Und um das Auge noch so ein bisschen größer zu machen, nehme ich hier die Farbe. Seht ihr es? Hier braun. Und tupfe mir das hier hinten ans Ende des Augenlids auf. Verblende das Ganze hier mit meinem Blenderpinsel. Gehe noch etwas mit einer helle Farbe in die Mitte, in die Banane, also über dem Augenlid. Mit einer etwas dunkleren Farbe. So. So. Das wäre es dann schon. Dann. Ja. Kann man lassen. Also es soll schnell gehen. Es soll ratzfatz gehen. Und somit hätten wir das aber erledigt. Dann nehme ich gerne noch, um das Lid zu umranden, die Wimpern zu umranden, habe ich ja auch von Essence. Ein Long Lasting Eye Pencil. Ich finde, der trägt sich sehr gut auf. Und er hält. Also er schmiert nicht. Und da gehe ich mir ans untere und ans obere Augenlid. Und seht ihr? Und betone mir den oberen Wimpernkranz. Und gehe dann hier unten am unteren Wimpernkranz nochmal so ein bisschen am unteren Wimpernkranz entlang. So. Das hätten wir auch. Ich schreibe euch alles unten in die Beschreibung, was ich benutzt habe. Dann hätten wir das schon mal. Dann brauchen wir jetzt noch ein bisschen Wimperntusche. Da bin ich ganz zufrieden. Und zwar ist das von L'Oreal. Die Wimperntusche Extra Black Mascara. Und zwar die Bambi Eye Fail Slash. Verlängert etwas die Wimpern und macht sie etwas dichter. Ich habe so kurze Wimpern. Ach, das ist wirklich immer ein Gräuel. Aber diese Mascara macht ganz schöne Wimpern. Auch meine kurzen, die man sonst gar nicht sieht, kann man damit eigentlich ganz gut tuschen. So, auch nicht viel. Es ist ein ganz schnelles Tagesmake-up. Das eigentlich in 10 Minuten erledigt ist. So. So, jetzt mal den unteren Wimpern. Noch ein wenig. Also ich bewundere ja immer die Frauen, die... Huch, jetzt habe ich da gepotzt. Weg. Ich bewundere ja immer die Frauen, die so schöne lange Wimpern haben. Oh Gott. Ich habe mir schon so oft überlegt, ob ich mir die Wimpern verlängern lasse. Aber irgendwie bin ich immer noch nicht dazu gekommen oder ich hatte noch nicht die richtige Motivation. Aber vielleicht mache ich es ja doch nochmal irgendwie an. So. So, wir haben jetzt Make-up aufgelegt. Wir haben etwas Rouge aufgelegt. Wir haben die Augen ganz, ganz zart betont. Wir haben die Wimpern getuscht. Und jetzt kommt ein Lippenstift. Was heißt ein Lippenstift? Was heißt ein Lippenstift? Da nehme ich sehr gerne von Maybelline New York. Und zwar dieser haltbare Lippenstift. Und zwar das ist Matt Ink. Ja, also der hält super. Der hält auch mal ein Essen aus. Tut mir leid, wenn ich hier immer in den Spiegel gucken muss. Aber ich sehe es sonst nicht. So, das Ganze umfragen wir noch etwas mit einem Lip Liner. Und zwar ist der auch von P2. Der... 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 Shy Girl... Lip Liner. Das ist die Nummer... 129... 129, ja. 129. Da umwarme ich mir gerade noch... Ein wenig die Lippen. Und ich finde, also wie lange hat es jetzt gedauert? Ich meine, normalerweise geht das ratzfatz. Wenn man die ganzen Produkte da hat, dann einfach schnell, schnell, schnell. Das dauert vielleicht 10 Minuten. 10 Minuten. Jetzt noch ein bisschen die Haare machen. Ja, und dann sind wir fertig für den Tag. Ja. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen erst mal. Aber wir sehen uns dann nochmal, wenn ich meine Haare ein bisschen gerichtet habe. Bis gleich. So, die Haare sind gerichtet. Ein wenig. Und jetzt kann der Tag beginnen. Ja. Also, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Es ist draußen... Ja, es ist bewölkt, aber es ist nicht kalt. Macht irgendwas draußen und lasst es euch gut gehen. Bis später und zum nächsten Video. Ich danke euch. Tschüss, eure Jutta. Tschüss, eure Jutta.